hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge vom kamehannik simulator 2021 einen wunderschönen mittag wünsche ich hoffe es hat euch die letzte folge gefallen und jetzt schauen wir mal was wir heute so für aufträge haben oder was wir für einen auftrag zu einer reparatur haben dann würde ich sagen schauen wir mal da haben wir schon was schaut mal nach mini kuba aus hallo ich habe mal was man nehmen wir den anformel an und dann schauen wir mal jetzt wieder ein bisschen und bin ich schon gespannt irgendwie macht mir das geben voll spaß ich hoffe euch auch und schreibt gerne einmal eure meinung dazu in die kommentare ob ihr das auch habt ich will einmal einsteigen danke ah ja ich glaube da muss ich jetzt einmal reparieren so dann fahren wir mal das auf die hebebühne und dann schauen wir mal was der herr kollege so viel probleme da haben wir mal ein paar xrp sammeln damit ich gleich mal was damit mal ein level aufsteigen und zweitens damit ich weiß was der herr kollege für probleme hat dauert ein bisschen aber nein das geht schon ihr seht euch schon da ist ein lager schon wieder ein eimer das wollte jetzt nicht so informationen bremsbeläge gummibuchsen nockenwelle ah jetzt kommen die kurzen so nockenwellen riemenspanner umlenkrolle dann würde ich sagen fangen wir mal mit die bremsbeläge und bei mir muss man eh alles oben machen und dem herr bockmammeln den herr kollegen auf ja auf weiter und da sind es die hinteren wahrscheinlich ja genau die hinteren seins und da ist auch gleich das gummilager hier aber da schauen wir schon so nochmal die andere seiten da jetzt haben wir schon die level 2 fallen uns noch ein bisschen was 300 xrph brauchen wir und 178, aber das werden wir schon schaffen so dann werden wir mal montieren da über den reifen mal abmachen ganz billig haben wir da hinten eins mal ganz billig haben wir da hinten eins mal so ne so da so ist das bisschen rostig haben wir sogar noch was im lager so so dann noch die andere brems den anderen bremsbelag machen wir mal da die felden ab mit einer hafen dann schauen wir mal so so da haben wir schon den übeldeter so 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 ja Ei, ei, ei. Ich tröke ihn mal falsch. Das waren eine Gummibuchse, glaube ich. Ah, alle vier. Ja, mein. Dann müssen wir noch einmal. Ich glaube, dann müssen wir mal mit einem Scheiben errichten. Oi, oi, oi. So, schauen wir mal. Na, nicht Einkaufsliste. Ich wollte jetzt doch gerade da schauen. Ah, ja. Gummibuchse. Öl. Äh, in case ich konnte schon flüssig halten. Obwohl, ich weiß nicht, was ich schon will. Okay- Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Humilaga Asam Aham Ih, como será Humilaga 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 1. 2. 3. 12. 13. 15. 15. 15. 16. 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 so jetzt zündkerzen so haben wir noch ein bisschen was zu tun so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, den anderen Reifen und dann haben wir es. So, jetzt haben wir es, jetzt können wir eine gute Zube losen. So, dann stellen wir den Herrn Kollegen mal vor die Tiere aus. Und dann ist der, nein ich wollte nicht verlassen, ich wollte einsteigen. So, jetzt wollen wir noch mal schauen, dann, 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 dann Upsa. So. Dann war es das heute mit dem Auftrag würde ich sagen und ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja dann lasst euch gerne eine Bewertung da, schreibt es mir in den Kommentaren und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, bis dahin mostgut, ciao ciao.